Ich bin voll boff, ey. Ich hab so viel Mittag gegessen. Ich bin der Richter. Ich hab die Gäste beschissen. Die Tür ist verschlossen. Aufschließen, was? Die Tür ist verschlossen. Um sie zu... Die Tür ist... Red die Tür mit uns? Ja. Oder der Typ? Die Tür ist... Die Tür ist... Ja, und jetzt? Müsst ihr euch jünger als Schlüssel? Ha, ha, ha. Daniel? Was denn? Ja, du musst dir eine Zunge als Schlüssel einsetzen. Nicht Zeit. Ja, du kennst dich doch damit aus. Wir können uns nicht erinnern. Wir müssen gar nicht erinnern. Das gefühlt sich deine Zunge als Schlüssel ein, Junge. Nein. Ich kann hier nicht sitzen, der Stuhl ist im Arsch. Ich setz hier. Ich hab nicht meine Lehne. Was ist das für ein armen Volk? Warum sprecht ihr hier? Ihr möchtet keiner. Was ist los? Dein Freund sein da, ne? Haha. Oh Gott, was kriege ich schon wieder ab? Der will mit mir handeln. Ich hab witzig, mein Junge. Ich hab genug Freunde. Der Riech. Der Tempel von Zul. Das Relikt nehmen, das war ein Hammer. Ja, man hat eine Tüte dauerhaften Krug genannt, sogar wenn er kämpft. Er hat den Schlüssel, der hat den abgab, also nicht, also damit zusammen. Mein Gott, was ist denn das für die Riesenvieh? Alter, das... Wieso hat das... Was? Da hat der auch einen Bierkrug, was? Der hat sich verwandelt in so ein Vieh, okay? Hat er auch gesehen da? Ich will das Champion werden. Nein. Okay. Ja, der hat gefragt, findet ihr, ich bin hübsch. Das hat ein Rennen. Da hatte ich gewinne, ich wohne ein Pferd raus. Das soll erlauben. Einer muss natürlich hier wieder angeben und teleportiert sich. Ja, ist doch mehr. Mein Gott, ich bin ja voller Trenn mit irgendwelchen Spielern, ey. Wir müssen einer... Wir müssen einer auf dem Weg einfach umgekippt. So, der Arme rin? Da bist du. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, der Telefon sitzt hier die ganze Zeit durchgewegen, ey. Und ich hole die ganze Zeit, mein Pferd raus. Weiß. Da war cool. Irgendwie nichts passiert ist. Wir sind voll am Freien. Wir sind voll am Freien. Da ist ein... Da ist mir ja wieder ein Prost. Ich bin auch dein Freund. Ich bin... Ich bin... eine schilder leute nur locker bleiben willkommen denn hier noch diese verdammten sturmfäuste haben ihr bestes gegeben die dover kings haben gewonnen sag doch incest auf den thron setzen hat denn der für lauter krüge da im hintergrund ist das wenn der kacken muss was soll diesen einen party wo ich nur darauf fokussiert war deine mutter ist dein vater und dein bruder der elf der spitz oder sagt bitte ertrinkt euch in dem wasser da wird eine typ daneben und der schichte mit seinen specken oder weiß ich ja oder der sagt lasst euch von den typen daher ihr habt ihr seid jetzt ein fisch schwimmt ja das ist der aufnahmeprüfung wenn er heiraten wird muss er eine woche bei den fischen leben der ist ja fast wie bei dir zu hause ich bin ich mich göttlich einig ich bin da sogar erst voll still und dann aber ich gehe noch nie katz ihn irgendwie von der reine ich sehe dich nur so ich habe einfach mal ich bin mir nur so vor wenn auch immer so ein werfer er geht um mir zu helfen er war mit trinien im gebäude hier unterlassen er so mitten durchs fenster geflogen irgendwie kann hat sich ich so was jemand der hilft geräuschkulisse die du anderen von der gibt es gar nicht heute ich immer für geräusche mit der sonntag es ist noch ein bildschirm Oh, jetzt Hello there Whoa, whoa, whoa Da ist auch ein was Ja, da ist ja kein Schaden Ja Da war er einfach Nur wegen unserem Band Genau Du hast gar keinen Schaden genommen, du Pisser Den hab ich alles abbekommen Ja, hab ich gesehen